Jetzt ist es vorliegt. Jetzt steh ich aus und geh in Tokio. Oh nein, geht gar nicht. Ich hab gesagt, ich hatte die Lade. Ich hatte auch nicht dabei. Verkauf doch eine, du hast doch dieses Geld. Nö, das muss man nicht sagen. Wir haben ja immer noch die Geld. Ja, natürlich auch nicht. Wir waren sogar in der Nähe von Wegener. Da geht's dich. Sie waren ja, ich habe ein paar Stunden vergessen. Ich bin weggebit. Ich hab jetzt auf eine Schriftung. Bis zum nächsten Mal! Ich bin nicht weggegeben.